Herzlich willkommen zur Montageanleitung von eckigen Rotfilteradaptern bzw. Filteradaptern von Magic Filter für Actioncams, am Beispiel der Rollei S50. Wir entnehmen den eckigen Filteradapter für die Actioncam aus der optionalen Premiumbox heraus, sehen Sicherheitsschlaufe und Fixierschraube sind bereits vormontiert, ebenso der Rotfilter. Je nach Modell ist noch ein zusätzliches Gummi hier unten eingeklebt zur besseren Fixierung. Wir nehmen das Gehäuse der Actioncam, winkeln beides leicht an, stülpen es über das Gehäuse hier drüber und fixieren den Adapter mit einigen wenigen Umdrehungen nicht zu fest, da er sonst möglicherweise wieder herunterschnappt. Er ist dann unter Wasser leicht abnehmbar, aber ebenso leicht auch wieder aufsteckbar und fällt aber auch nicht ab. Trotzdem empfehlen wir die Sicherheitsschlaufe anzubringen. Bei der Rollei beispielsweise wäre die idealerweise Anbringung hier über den Schnappmechanismus oder man könnte auch über die 1,25 Zoll Schraube hier unten den Sicherheitsmechanismus anbringen. In diesem Schritt erklären wir den Filterwechsel für eckige Adapter. Dazu nehmen wir den Adapter vom Unterwassergehäuse der Actioncam ab, drehen auch die Fixierschraube komplett aus dem Adapter heraus, so wie das Sicherheitsbändel wird entfernt, drücken dann beide Arme leicht auseinander und die vorhandene Nase nach unten, um den Adapter von seinem Filter zu befreien. Wir legen diesen ab und nehmen dann den Magenta-Filter, drücken wieder leicht diese Nase nach unten und schieben den Magenta-Filter in die Führung des Adapters hinein. Montieren anschließend wieder das Sicherheitsbändel, schrauben die Fixierschraube mit einigen Umdrehungen fest, nicht zu fest, kippen dann wieder Adapter und Gehäuse leicht an, ziehen mit zwei, drei weiteren Umdrehungen fest und haben unseren Magenta-Filter montiert. In diesem Schritt zeigen wir die Montage unseres Makro-Linsen-Adapters für eckige Linsen an Unterwassergehäusen. Dazu nehmen wir den Makro-Linsen-Adapter und die Makro-Linse aus der Verpackung heraus und schrauben vor der Montage auf das Unterwassergehäuse die Makro-Linse auf den Adapter auf und stülpen dann mit dem Sicherheitsbändel nach außen die Makro-Linse über das Unterwassergehäuse auf. Je nach Variante der Action-Cam kommt es auch noch hier auf die Einstellungen der jeweiligen Action-Cam an, ob Weitwinkel oder nicht. Möglicherweise können schwarze Ränder bei der Verwendung der Makro-Linse an den Ecken sichtbar sein. Diese können durch die Einstellungen der Action-Cam verändert werden, durch Reduzierung des Weitwinkels oder einfach über die digitale Nachbearbeitung am PC, indem man leicht in das Bild hineinzoomt, dann wieder verschwinden. Auch bei diesen Adaptern ist die Verwendung einer weiteren Makro-Linse kein Problem. Wir nehmen die zweite Linse und schrauben diese einfach in das vorhandene Gewinde der bereits eingeschraubten Linse herein und haben dann zwei Linsen montiert und einen Effekt von plus 20 Dioptrien. Ich möchte Ihnen hier jetzt kurz zeigen, wie man beispielsweise die Sicherheitsschlaufe des rechteckigen Adapters oder jedes möglichen Adapters an den Schnappgehäusen dieser Art festziehen kann. Wir nehmen dazu das Gehäuse und führen die Schlaufe am untersten Punkt durch und führen diese dann über den Pfeil wieder zurück. Und müssen dann noch den Adapter durch die Schlaufe durchziehen. Das ist ein bisschen filigranere Arbeit. Aber wenn dies erst geschafft ist, läuft das Sicherheitsbändel hier über dieses Eck hindurch und behindert auch nicht den Dichtmechanismus. Darauf ist sehr, sehr stark zu achten, dass nicht der Dichtmechanismus offen wird. Wir haken dann den Schließmechanismus ein, drücken nach vorne und haben dann das Sicherheitsbändel frei von der Dichtfläche montiert. Wir können den Adapter aufstecken, fixieren und wenn wir möchten, wahlweise nach unten gehen.